wenn du jetzt machst du sitzt ja kalt weißt du warum nimmst du so ein gibt zu einem plattform ist meine ahnung leute 321 an die gleichzeit ist mir deine rosa und gibt da so ein kalt wie der plattform ich kann wieder ansagen verteilt dass du hochkommst bei allah ich habe noch nie ansagen verteilt dass deine zu ich habe noch nie ansagen verteilt du bist derjenige der ansagen verteilt deine anme auf mein jahr keiner kann sein gesicht ertragen keiner kann sein gesicht ertragen deine schwester alle eine rutsche alle eine rutsche dafür wirst du sehen ja kalb ich bin im hakt ich bin im hakt du bist ein chihuahua du kannst nur bellen und pfeift mal deinen kalb zurück pfeift mal deinen kalb zurück ist dir bewusst was du die ganze zeit sagst zusammen rammbo ja rammbo rede mach ja rammbo ja sag bruder was du nicht machst kann ich dich hier machen oder nicht rammbo hat er nicht angefangen familie zu beleidigen grad bruder guckst du ich gerade nur zugucken bruder ich weiß nicht genau was passiert bruder bruder zeig mir was passiert ich muss sagen bruder aber wenn wenn selbst wenn wir ihnen erklären was passiert ist der versteht kein deutsch also lohnt sich nicht ja aber aber beleidige keine familie ganz kurz ganz kurz warte kurz oha vielen vielen dank haben wir beide jetzt ganz normales ohne beleidigung haben wir beide haben wir beide schon miteinander geredet oder? nein nein aber das war ja ich habe ja jeden beleidigt du hast jeden okay ich habe ein video bekommen ich habe ein video bekommen wo du sagst es ist immer du die es ist immer du die ja ich weiß du hast meine mutter beleidigt ich habe noch nie mit dir was zu tun was soll ich jetzt machen jetzt bin ich erstmal mit dir live was soll ich jetzt was wie soll ich mit dir reden was wie würdest du denn mit mir Junge egal auf sache menschen ich mache jetzt guck mal was ich jetzt mache mach Sitz oha weißt du ja deine mutter macht Sitz deine mutter macht Sitz deine mutter und deine Schwester deine Schwester deine Schwester deine Schwester ochtak ochtak du Pich ochtak du Pich ochtak merk es dir merk es dir merk es dir und wenn du ein Mann bist kommst du am 23. nach Berlin kein Problem du bist du bist nicht der Sohn von deinem Vater wenn du nicht zu dem Boxkampf kommst kein Problem aber wenn Papa Ari zu dir sagt mach sitz machst du es dann dort mache ich nicht mach ich nicht sagt wo du machst mich wo er damals geschworen hat weißt du noch wo er damals geschworen hat und dann ein kalb spiel mal wieder im käfig ein aber warum war ich will meine sache sagen ja ganz kurz ich will meine sache sagen er nimmt doch die ganze namen im mund und so in deinem stream warum warum lässt du das zu nehmen ich nehme ich ihn schlecht und ziehe ich nicht zulassen der weiß der weiß ich schon der braucht nur irgendwas der alles gut keiner kann dich ertragen keiner kann ich ertragen jeder will mit mir live gehen keiner kann mich ertragen wer will mit dir live wer will mit dir live wer will mit dir live ich schwöre auf koran wallah billah wenn ich live bin und du wärst da in meiner liste wallah ich würde dich nicht einladen ach echt ich würde dich nur einladen und kurz fertig machen und wieder raus okay und wer wer will mit dir live gehen wir beleidigen keine familie mehr für mich nicht deine mutter ist meine zielscheibe bruder du und habe deine mutter und deine mutter die müssen ein gut über treibend nicht ja du über treibend nicht hast du noch nie respekt beigebracht diesen kalb gibt es kein respekt bruder deine mutter sie haben uns mutter punkt nächstes nächstes weil es eigentlich heiraten die bei paparri nehmen wir mal an die leine es reicht nimm mal diesen du die 3 6 1 an die leine wie er dort in dem video ist ich bin blütschnell ich bin blütschnell ich bin blütschnell ich bin blütschnell du alles zusammen jeder der blütschnell leitet sein name jeder der russisch seine name sein kurs geklaut lena danke kurser geklaut sandra danke weiter leute gefolgt ein schiller auch plus geklaut weiter macht die rosen pool dettler gänz danke weiter du bist ein kalb wenn ich pfeife machst du sitz und platz mach sitz ja kalb halte mich an die regeln alle auch da gibt es eine schwester auch eine schwester er lasst ihm weiter glauben lassen die weiterglauben du arme wala du bist so arm dran das ist eine schwester glaubst du einmal später wirst du einen anruf bekommen dann wirst du nie wieder familie in den mund nehmen das verspreche ich dir du hast damit angefangen ich verspreche ich verspreche dir später wirst du einen anruf bekomme ich will den anruf jetzt hier im live kriegen jetzt ich will jetzt jetzt ich will jetzt mein brot nach hause bringen und dann meinst du deine schwester redeverbot meinst du ab jetzt redeverbot ich glaube seine schwester schon meine streams gesehen so wie ich mit den ganzen weibern hier um kommunizieren aber ja du die es gerade leisten drin kannst du ihn kurz an die leine und dass der bisschen locker bleibt weißt du ok nicht und familie er kann ich über einen sagt er hat am anfang deine familie beleidigt aber ich glaube er hat das zurückgezogen hat sich entschuldigt hat sich zurückgezogen hat sich er hat sich doch nie bei juli leidenschaften kalt niemals der ist doch nicht wert ich entschuldige mich bei mächtigen leuten aber doch nicht bei so ein läufer junge das können junge im kreuzberg hat er was zu sagen du unterschätzen ich habe angst vor dir schweizer 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 bitte ich will sie heiraten wir haben aufwärts mit schwester und mutter wo es mich beleidigt das muss mit den konsequenzen ich habe aber jetzt gerade beleidige ich deine eltern nicht ist mir scheißegal du hast mich nicht in meinem beisein beleidigt noch schlechte was ich anfangen wir später einen anruf kriegen ja für was weil du wirst beleidigt hast du wirst mit tanga im ring kämpfen geiler scheiß schweinefleisch guck mal wie unwitzig geiler scheiß schweinefleisch ich will dir was sagen okay ja wenn ich komme wenn du kommst ich ziehe zurück ich beleidige keine mütter mehr der mich beleidigt hat und sich nicht entschuldigt hat muss damit leben dass er das zurückkriegt punkt warte ich habe eine sache über die studie wenn wir gerade schon dabei sind du bist damals guck mal wie soll ich dich ernst nehmen du bist damals von hammer 361 weggerannt ja ich wollte ich packen oder stimmt nicht bei allah du da gibt es eine vorgeschichte ich habe dich getroffen sogar extra noch aber es von hammer 361 ich habe eine frage ja du hast doch vor paar tagen hast du doch schellen bekommen nie wieder und du machst weiter und erst recht nicht von so einem witzig wie dich von einem ich nehme dich nicht ernst warte kommt doch nach berlin ich höre warte kommen wann kommst du du wirst schon du wirst die ganze berlin wird merken wenn ich da bin habibu mach dir keine sorgen ganz berlin wird merken dass ich gekommen bin ganz berlin wird merken dass du dich kommst ok jamanjak fimmelt ja kalb fimmelt ja kalb ja kalb ja kalb ja kalb ja kalb ja kalb ey bitte lass mal diese ey pompa sag doch was ja das heißt das dein Sana ja や das heißt das ist so wie ja ja Deus amen im nein oui ich Vielen Dank, Ela, Christina, danke. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Barello, sag mir dann, wann ich das machen soll, was vorhin bei, weißt du, was ich meine? Ja. Und das machen wir später alleine, weil so ein Kalb ist hier drin, weißt du?